Wie lang ist das her? Die Lichter dort auf dem Weihnachtsmarkt, die wie vom Fenster aus sahen. Man hörte, wie eine Stimme sagt, du warst schon lang nicht mehr da. Dann träumte von Nürnberger Christkindesmatt von leuchtenden Kinderaugen. Als er dort ganz nah die Engel noch sah, war es leicht, an Wunder zu glauben. Und die Lichter von Nürnberger Christkindesmatt, sie brennen noch tief im Herzen. Und er spürt, irgendwann geht das Licht wieder an, auf dem Nürnberger Christkindesmatt. Der Lebkuchendeft liegt noch heut in der Luft, wenn's Weihnachten wird in der Stadt. Auf das Esel aus Hans war er damals zerstört und seine Mutter hat leidens zu ihm gesagt. Als er dort ganz nah die Engel noch sah, war es leicht, an Wunder zu glauben. Und die Lichter von Nürnberger Christkindesmatt, sie brennen noch tief im Herzen. Und er spürt, irgendwann geht das Licht wieder an, auf dem Nürnberger Christkindesmatt. Und er spürt, irgendwann geht das Licht wieder an, auf dem Nürnberger Christkindesmatt. Und er spürt, irgendwann geht das Licht wieder an, auf dem Nürnberger Christkindesmatt. Und er spürt, irgendwann geht das Licht wieder an, auf dem Nürnberger Christkindesmatt.